moin liebe leute heute machen wir mal eine inspektion bei der vorderachse beim teleskop lader ich habe den hier schon mal aufgebockt aber nur um die seiten hier abzuschmieren die beiden schmiernippel einmal oben und einmal unten ich weiß nicht ob man die sehen kann sauber machen hier schön ach bei bobcat waren die ja stimmt die waren ja hier an der seite das hier so ein käppchen drauf also käppchen drauf da kann man ihn glaube ich sehen ja deswegen habe ich ihn aufgebockt wenn er öl wechseln wollte in den seiten namen könnt ihr vergessen mit aufbocken hin drehen das bewegt ja nur so ein ganz bisschen das könnt ihr mal vergessen am besten mit der zweiten person immer hinfahren das unten ist ein stück viertel umdrehungen vorfahren und dann wieder öl auffüllen das könnt ihr so komplett vergessen das ding zu drehen auch wenn er läuft und die bremse los ist es dreht sich an der vorderachse zumindest nichts ich mache das immer so ich fahre dann etwas rückwärts dass das unten ist und lass das öl raus dann fahre ich ihn einfach nach vorne eine viertel umdrehung man kann natürlich auch die steuern vom profil zählen damit man nicht so oft drauf und absteigen muss so dass er wieder steht dass man ihn auffüllen kann ich zeige euch das alles alles mal das gute an diesen 24 zoll folgen ist dass man hier so eine leckschein dings genau darunter stehen kann ja ich weiß er ist nicht ganz genau unten aber ich würde mal sagen das ist egal weil ich mache hier alle 500 stunden die ratten haben zumindest neu weil ihr seht das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen besser als high guard und das wird sogar etwas schwarz was man sonst von den ratten haben nicht erwarten würde deswegen mache ich hier alle 500 stunden neues öl drauf das ist aber bei bobcat ein allgemeines problem das hatte ich bei meinem alten bobcat auch schon die radnamen sind hier relativ hoch belastet na gut die ganze karre wiegt acht kilo leer acht tonnen acht kilo ja acht tonnen leer scheint natürlich dass die radnamen ganz schön hoch belastet sind bei dem aber wie gesagt ich mache alle 500 stunden dinger neu und wenn er jetzt nicht alles unten raus kommt ist das auch nicht so schlimm wichtig ist dass da mal ein bisschen neues öl drauf kommt wichtig ist beim abschmieren nur dass ihr den kopf vorher sauber macht falls da keine kappe drauf ist dass er ja kein sand damit reindrückt weil das wäre echt schade und sonst drücke ich hier so 45 schläge man muss halt gucken da unten konnte schon also vier schläge reicht hin dann wie gesagt diese kappen ich sehe die mit einem lachenden und einem weinenden auge weil ja es ist schön man muss die köpfe nicht sauber machen aber die meisten recht pummelig hier unten ist der beutel von unten drin da ist auch eine kappe drauf gut da wollen halt nicht so schön hingucken ob die ob der schmiermittel sauber ist gucken auch mal bis der fett rauskommt unten geht natürlich ein bisschen rein und runtergefallen das muss ich mal mit zwei hinten machen so habe jetzt mal die andere seite aufgebockt die schmierig gleich ab und mache hier in der mitte das öl neu vorne müsst ihr auch alle 500 stunden mit neu machen weil da die bremse drin ist das auffüllen ist hier eher schwierig da müsst ihr ein bisschen der zeit aber bei dem auffüllen noch was dazu weil das einmal durch die bremse laufen muss das dauert etwas wichtig ist hier habe ich schon einen schönen ölfleck gehabt weil da richtig überdruck drin war in der vorderachse sollte ja eigentlich nicht sein macht ja aber keinen unterschied weil die das trotzdem dicht hält wir haben heute gefühlt fünf grad und es regnet das weiß jetzt auch zehn sieben grad haben war und es regnet eigentlich hätte ich da kein überdruck drin erwartet deswegen jacke eingesaut rosa eingesaut also ganz schön überdruck drauf gewesen ich werde noch mal gucken ob es einen lüfter hat und den vielleicht noch mal rein ich meine jetzt nicht ganz so schlimm er bremst trotzdem er fährt trotzdem wenn ihr die deutsch in anführungszeichen samen vorderachse habt und ihr habt da irgendwo überdruck drin dann habt ihr ein richtiges problem aber dazu sage ich denn was wenn ich für den agroplus die vorderachse warte da sage ich dazu noch was ja gut jetzt machen wir das mal weiter ich schmier die seite jetzt erstmal ab und dann sehen wir uns gleich nach dem nächsten schnitt wieder beim öl auffüllen so bevor ich jetzt öl auffülle habe ich jetzt erstmal den entlüfter gefunden der sitzt hier also quasi vorne gleich oben in der ecke den wollte ich jetzt erstmal rausschrauben immer wichtig schön mit sauberkeit arbeiten weil das letzte was man braucht ist ein sandkorn in der vorderachse gerade wenn der bremse drin ist das muss man nicht haben ich wollte euch noch mal zeigen dass er vorne hier die bremse drin ist die kette hier weg seht ihr deswegen macht er das ölwechsel etwas schwieriger dass er da rein zu kriegen aber das war ich gleich noch mal was also ich werde ihn jetzt raus bauen ich habe das schön mit bremse rein hier ringsum sauber gemacht und schraubt den jetzt mal raus weil so viel überdruck das kann nicht richtig sein so da ist er da scheint ein kugelventil drin zu sein und hier oben sieht das relativ komisch aus ich werde das ding einfach mal zerlegen so habe jetzt einfach mal den deckel runter geschraubt und sechs ganz eingespannt im schraubstock und den deckel einfach hier vorne mal einfach runter gedreht mit der wasserpumpenzange mal gucken was da drin ist es sieht auf jeden fall schon etwas oxidiert aus kommt auf jeden fall eine fehler also ist das schon mal mit rückschlag enthiel also sollte der theoretische da einen unterdruck aufbauen das ist die platte das sollte hier da ist ein ohrring drunter zum abdichten jetzt will ich das alles noch mal schön sauber machen und gucken ob das gängig ist nicht dass es einfach nur geklemmt hat so jetzt habe ich mir mal was gegönnt und zwar gibt es das habe ich das jetzt jedenfalls bei ökoprofi gesehen das ist so eine kanne mit pumpe da habe ich jetzt highguard rein gemacht mit skala wie viel liter das ist und so ein haufen satz das eigentlich für die autoindustrie gedacht hier für die doppelkupplungsgetriebe und da immer wenns oder sowas aber man hier echt öl einfüllen kann so richtig kacke habe ich jetzt einfach mal gedacht ich habe war sogar das richtige gewinne hierfür und dann kann ich jetzt hier mal schön moment ich drehe aber 180 grad sind zwar die skala nicht mehr kann ich aber besser pumpen kann man einfach mal das öl hier schön rein pumpen ich weiß in die achse passt ungefähr fünf liter rein da pumpe ich jetzt erstmal vier liter rein das ist glaube ich schon mal deutlich einfacher als wenn ich jetzt zwei millimeter habe um das irgendwie einzuführen und dann muss das durch die bremscheiben runter laufen bis das in die ganzen achse verteilt ist was soll ich dazu sagen das dauert halt und ich pumpe jetzt hier die ganze zeit gucken wir mal wie viel ach so wir dann brauchen wir hier oben hoch ist ja was gelernt drehen wir die pumpe mal rüber jetzt haben wir schon mal schon mal fast zwei liter drin also das gefällt mir schon mal gut hier kann man übrigens auch zurückziehen das ganze soll die pumpe dann in eine andere richtung pumpen auch nicht aber naja schauen wir mal irgendwie ich muss hier glaube ich noch mal gucken wie das genau zu sachen geht aber das ist mal wie gesagt das war nicht teuer ich muss noch mal nachgucken wie teuer das war blende ich euch mal wieder ein so habe jetzt mal fünf liter rein gedrückt oder sieht gut aus ich lasse das jetzt noch ein bisschen absacken wenn man jetzt einer sagt jawohl hier ist eine auffüllschraube ja das ist richtig das kann man bei dieser achse auch machen alles gut aber wenn den älteren bockett habt und ihr die andere schraube der hatte auch zwei links und rechts und die falsche rausschraubt kommt durch ein ventil entgegen wenn ihr nicht darauf vorbereitet seid und der ganze miss fällt euch im sand ist das scheiße deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gemacht wie man es bei allen achsen macht hier kann man zur not da oben auch einfüllen dauert bloß ewig bis es durch paket durchgelaufen ist in die in den in den fahrtrichtung linken achsschenkel reingelaufen ist und den recht natürlich auch das dauert halt ich habe jetzt mal gemacht wie man es sonst machen würde also das gefällt mir ganz gut hier mit dem so dass ein lüftungsventil braucht bis es aufgeht aber so ist das schon mal dieses teil gefällt mir schon mal gar nicht schlecht das gute an so einem teleskop lader ist das mit der kamera los habe ich das öl hier drauf der liefert seine eigene werkbank mit jetzt fahre ich nämlich einfach hier die schale raus und fahre so weit vor dass ich hier wieder öl einfüllen kann ich gucke natürlich gerade andere seite ob wir in der zwischenzeit schon vorbeikommen um das da ablassen zu können gucken wo der steht auch das könnte vielleicht sogar passen dass man beides gleichzeitig machen können das sehr cool eine seite abfüllen ablassen andere seite auf soja ob der level nun verkehrt rum steht oder richtig rum gemeint ist damit nur dass es so unter kannte schraube sein soll also ich habe jetzt hier mal dieses kunststoff teilgenommen hängen das einfach rein dann kann man hier schön damit rein pumpen ich weiß ja nicht wie das so ihr das rein macht in die vorderachsen aber es gibt natürlich auch hierfür 200 liter fässer für 800 euro mit elektropumpe das ne und zählwerk vorne dran gibt es natürlich auch aber ich bin nun mal der ärmste bauer hier im ganzen dorf sage ich jedenfalls immer so ist weiß ich nicht aber ich sage mal ich bin der ärmste bauer hier im ganzen dorf der einzigste der kann sich kein vent leisten kann deswegen war ich dann wäre deswegen mal wie ich habe hier vielleicht vier oder fünf achsen die ich im jahr jetzt läuft unten schon raus da kann man schon mal ein hahn zu machen und lappen holen aber das gute ist den hahn den hahn kann man hier in beiden richtungen absperren das finde ich auch nicht so schlecht kann man schon absperren gut jetzt legen wir dann gucken wir mal in der vorderachse wie weit das ist ob man da ein bisschen nachfüllen müssen das so richtig abgesackt ist steht immer noch kannte ich weiß nicht ob man es mit der kamera sehen kann ist auf jeden fall genug drin dann können wir das nämlich auch wieder zu machen und andere seite habe ich jetzt abgeschmiert und natürlich hier abgelassen natürlich auch gleich wieder aus das war teleskoplader vorderachse wartung gut bis zum nächsten mal ciao abonniere